Kennt ihr den noch? Wirkt ein Kracher. Ja Leute, die Europameisterschaft ist vorbei und wie zu erwartend hat Rika gewonnen? Na gut, war vielleicht nicht ganz zu erwartend, aber heute geht es nicht nur an sich um die Europameisterschaft, sondern es geht vor allen Dingen eben um die Timeout-Regeln, beziehungsweise Timeout! Nein, ich bin noch in die Battleface gegangen. Ich habe Battleface gesagt, bevor Timeout gecallt wurde. Ja, wir haben seit 2018 eine neue Timeout-Regelung, die besagt, dass wenn eben Timeout gecallt wird, dass dann noch die Phase zu Ende gespielt wird und dann wird eben geguckt, wer am meisten Lebenspunkt hat. Und fertig, das ist eben die Timeout-Regelung. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt und eben damit abgefunden. Ich meine klar, optimal ist es auf jeden Fall nicht, aber die Vorteile liegen auf jeden Fall auf der Hand. Denn durch diese neue Timeout-Regelung ist das Ganze viel kürzer geworden. Bedeutet also, dass wir nicht mehr eine Overtime von 40 Minuten haben, bedeutet also, die Turniere wären deutlich kürzer. Denn früher, bevor es eben diese neue Timeout-Regelung gab, war es einfach so, dass es beim Events gab, wenn Day 1 war, dass das eben erst um 1 Uhr morgens vorbei war. Jetzt, nach der neuen Zeitregeländerung, ist das eben so, dass die Turniere deutlich früher fertig sind und man sogar noch essen gehen kann und sogar schlafen kann. Ich weiß, Schlaf erscheint jetzt nicht so wichtig, aber ja, man kann sogar schlafen dann. Doch das alles kennen wir ja und da fragt man sich sicherlich, warum mache ich ausgerechnet jetzt ein Video dazu? Ich meine, was ist passiert? Naja, die Europameisterschaft ist passiert. Denn bei den Deck-Profiles fällt einfach auf, dass es Karten gibt, die zu einer gewissen Gruppe gehören. Was haben Totenkopf-Marienkäfer, namentlich Drohtrach-Erstunterwäldler, Roter Resonator und Lobere gemeinsam. Genau, das sind alles Karten, mit denen du im Timeout gewinnen kannst. Zu Beginn, als die neue Regelung eingeführt wurde, also die neue Timeout-Regelung, dort war es so, dass der ein oder andere gewisse Karten eben genau für diese Situation ins Side-Deck gepackt hatte. Hierbei war Cracker eben eine sehr beliebte Karte und man hat sie eben genau deshalb gespielt und aus keinem anderen Grund. Und ja, was soll ich sagen, der Trend ist immer wieder weiter zurückgegangen, denn es macht nicht so viel Sinn, einfach drei Side-Deck-Slots damit zu benutzen, eben um fürs Timeout gewappnet zu sein. Vor allen Dingen muss man diese Karte ja erstmal ziehen und vor allen Dingen muss man dann auch wirklich noch am meisten Lebenspunkte haben. Doch jetzt kommen immer und immer mehr Karten hervor, die eben genau dafür gut sind und zwar fürs Timeout. Doch, woran liegt das? Naja, zur Zeit haben wir Karten, wie zum Beispiel Starter, wo man eben Lebenspunkte bezahlen muss, um diese Karte zu aktivieren, beziehungsweise zu resolven. Bedeutet also, ihr seid einen extremen Nachteil, wenn es eben Richtung Timeout geht. Dies kann man eben aufwiegen, indem man eben gewisse Karten spielt, die dir eben Lebenspunkte geben. Das gleiche gilt natürlich auch für Punk. Punk ist eben so, dass man Lebenspunkte bezahlen muss. Heißt, du bist also einen großen Nachteil, wenn es Richtung Timeout geht. Und auch hier ist es natürlich sinnvoll, irgendwie Alternativen zu suchen, wie man sich eben Lebenspunkte geben kann, beziehungsweise wie man den Gegner eben Lebenspunkte abziehen kann. Ein weiterer Punkt und viel wichtiger Punkt, warum diese Karten aktuell gespielt werden, ist die Konstant. Denn diese Karten werden nicht dreimal geboardet, sondern sie werden nur einmal geboardet. Das liegt nicht daran, weil man irgendwie hofft, dieses One-off zu ziehen. Nein, diese Karten sind suchbar, beziehungsweise sind eben aus den Extra-Deck beschwörbar. Bedeutet also, wir brauchen nur eine Kopie und brauchen eben nicht unnötige andere Kopien davon. So hast du also eine Karte in deinem Main-Deck oder eben in deinem Extra-Deck, die du eben gezielt suchen, beziehungsweise rufen kannst, um eben dann im Timeout zu gönnen. Wenn ihr also seht, dass ihr bei Game 2, also wenn Game 1 vorbei ist, ihr seht, oh, Game 2 wird ins Timeout kommen. Oder eben nach Game 2 könnt ihr einfach eben dementsprechend diese Karten bohren und habt eben den sicheren Win im Timeout. Und ich muss einfach zu dem Ganzen sagen, dass ich das sehr erschreckend und sehr besorgniserregend finde. Denn jetzt ist es einfach so, dass man eben nach Game 2 oder 3 damit rechnen muss, dass, falls du ins Timeout kommst, eben automatisch verloren hat, weil der Gegner einfach eine suchbare Win-Con hat. Doch was wäre dafür eine Lösung? Zum einen wäre natürlich eine einfache Lösung, wenn wir die Timeout-Regelung ändern würden. Jedoch ist das leichter gesagt als getan. Denn was wäre eine Lösung? Naja, das erste, was mir einfällt, ist einfach, dass wir nicht die Phase zu Ende spielen, sondern den Zug. Bedeutet also, man müsste nicht darüber diskutieren, ob man noch rechtzeitig in die Battle Phase gegangen ist, weil man sowieso eine Battle Phase hat. Das Problem dabei ist nur, dass eben das nicht die Lösung ist für das Problem, was ich eben zu Beginn angesprochen habe. Denn immer noch können die Decks ihre suchbare Karten spielen und damit eben in Time gewinnen. Also hier ist es ziemlich schwer, die perfekte Lösung zu finden. Eine weitere Lösung wäre zwar etwas radikal, aber auf jeden Fall eine Option. Und zwar, wir würden diese Karten einfach alle verbieten. Klingt extrem, ich weiß, aber damit könnten wir das Problem auf jeden Fall lösen. Jedoch wird die Verbotsliste dann immer länger und länger und länger werden, weil es immer wieder Karten gibt, die gefunden werden, die genau eben diesen Zweck erfüllen. Gerade eben, weil die Decks immer konstanter werden und immer mehr suchen können, beziehungsweise Spezialbeschwören können. Doch ihr merkt schon, beide Lösungsvorschläge sind nicht optimal und das ist auch das große Problem. Hier gibt es eben kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist ziemlich kompliziert und man muss irgendwie einen Mittelmeer finden, in dem man halt dann die perfekte Lösung hat. Doch bisher hat man das eben leider noch nicht gefunden. Ich selber finde, dass langsam sich etwas ändern muss. Oder wir müssen uns eben einfach damit abfinden, dass die 15. Zeit der Karte dafür da ist, eben im Time zu gewinnen. Was ich ziemlich schade finde, weil das einfach ein bisschen Spaß am Spielen nimmt. Doch was macht man eigentlich gegen diese Strategie? Naja, das einfachste ist, nicht ins Timeout zu kommen. Klingt jetzt ein bisschen simpel, aber man kann da wirklich etwas machen. Und zwar das strategische Aufgeben. Oft kann es so sein, dass man ein Duell bereits verloren hat, aber die Lebenspunkte eben noch nicht auf Null gefaltet. Das heißt, ihr habt zwar irgendwie noch was auf dem Feld, aber der Gegner hat euch eben noch nicht auf Null gebracht. Bedeutet also, ihr krüppelt da rum und versucht irgendwie euch zu verteidigen, aber letztendlich verliert ihr trotzdem, weil ihr einfach zu wenig Ressourcen auf dem Feld, Friedhof, Bändeschpeil und im Deck habt. Und hier könnte man einfach eben strategisch aufgeben. Bedeutet also, ihr gebt rechtzeitig auf und könnt so sicher ins Game 3 gehen und habt wirklich noch genug Zeit. Und dieser Aspekt ist ein Aspekt, der sowieso schon immer sehr wichtig war, der aber jetzt natürlich zunimmt, gerade eben, wenn es solche Side-Deck-Karten gibt. So, jetzt bin ich aber gespannt, was sagt ihr? Habt ihr vielleicht einen Vorschlag, was man ändern könnte? Oder habt ihr vielleicht einen ganz anderen Ansatz? Schreibt es mal unten in die Kommentare und lasst uns ein bisschen darüber diskutieren, was vielleicht möglich wäre, beziehungsweise was man ändern sollte. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.